Ich lebe unerhört solide und habe ein Yen Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern und ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben. Und dafür schenke ich mir Konfekt. Und neulich platzte mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um die Finger wickeln kann. Ich hatte neulich gerade Geburtstag. Und diesen Tag vergesse ich nie. Und alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Partie. Sie brachten Rosen und Narzissen. Und Schokolade zählt das schwer. Und da hat sie mich plötzlich fortgerissen. Ich schrie, ich will das halt nicht mehr. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um die Finger wickeln kann. Und da, der mich zu machen. Ich will keine Schokolade. Dimmstibile Säge, ich will nicht gerne. Ich komme von der Schokolade.